Hallo Leute, hier ist Erik von den Stauernfischern. Ich bin gerade auf dem Weg zum Angelplatz. Ich werde heute ein bisschen Friedfisch angeln mit dem Futterkorb. Das wird heute das Erfolgsrezept sein. Einmal Maismehl, gemischt mit etwas Partikelschrot. Das zusammen in eine Schüssel, einigermaßen zu 50-50. Wasser dazu, dass es wie Fiederfutter wird und dann schauen wir mal. Für den Futterkorb habe ich mir einen kleinen Teig zusammengestellt. Aus Maismehl, ein paar Maiskörnern und etwas Partikelschrot. Nicht zu fest, dass er beim Aufprall noch zerbröselt, aber fest genug, um den Futterkorb einigermaßen zu halten. Als Hakenköder benutze ich dann den altbewährten Bosenmais. Ich habe mir gerade schon den ersten Fisch gebracht. Und dann der anderen Angel. Ich konnte es nicht sein lassen. Wird nicht mit Futterkorb geangelt, so einen Beulie am Haar. Ja, ich konnte es nicht sein lassen. Ich hatte irgendwie Lust, eine auf Beulie auszulegen. Ich habe hier aber schöne pinke Beulies dran, weil mir die tatsächlich die letzten Male schon zwei, drei schöne Döbel an die Angel gebracht haben. Mal schauen, was sie heute bringen. Einfach mal probieren. Erster Fisch des Tages. Eine wunderschöne Güste. Richtig schöner Fisch. Und der nächste Fisch. Wieder eine kleine Güste. Mal schauen. 25 cm. Auch wieder ein richtig schöner kleiner Fisch. Groß sind sie nicht, aber die Frequenz ist auf jeden Fall da. So macht der Angel natürlich auch Spaß. Also mit der Mischung habe ich jetzt einen richtig guten Futterplatz angelegt. Es kommen schon einige Fische. Also die Angel ist kaum im Wasser. Da nehmen die die ersten Köter schon. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Fische sind nicht so groß, aber die Frequenz ist richtig gut. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Auf der Beulie Angel ging bisher zu nichts. Kann aber ganz normal sein. Durch die Unruhe, wo er doch im Wasser ist, dadurch, dass so viele Fische beißen, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Vielleicht habe ich ja trotzdem Glück und es rennt vielleicht noch ein Döbel, ein kleiner Karpfen oder irgendwie sowas. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Und dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Zwischen den ganzen Güste hat sich dann doch mal eine kleine Rotfeder verirrt. Auch richtig schön. Schöne Färbung, schöne Flossenfärbung. Absolut schöner Fisch. Leute, wie gesagt, es ist der Wahnsinn. Angel ausgelegt. Nächste schöne Güste. Also heute läuft es absolut. Leute, so einen Tag wie heute hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Wie schnell die Bisse kommen, ist wirklich unbeschreiblich. Also ich habe das Gefühl, der Köder kommt noch nicht mal richtig am Boden auf. Ich habe die Angel teilweise noch in der Hand. Da zuppelt die Spitze schon und der Fisch ist am Haken. Gut, es sind natürlich auch Fehlbisse dabei. Also nicht jeder Anhieb sitzt. Ganz logisch. Aber wirklich Wahnsinn. Schöne kleine Köfis. Und wieder ein Biss. Ich stelle die Angel nicht mal richtig ab. Da habe ich schon einen Fisch dran. Wahnsinn gerade. Ehrlich. Der Kupikorb ist schon da. Die nächste kleine Bisse. Die nächste kleine Bisse. Ja. Hat den Haken sogar schön hier am Mundwinkel. Oh doch nicht. Ist gleich gelöst. Das wären die perfekten Köderfische. Mir persönlich hat dieser Angeltag jetzt richtig gut getan. Ich war doch ein paar Mal auf Spinfischen unterwegs. Und es ging einfach gar nichts. Das waren komplette Schneidertage. Ich habe mich wirklich viel ärgern müssen. Aber gut. Das gehört dazu. Das wissen wir alle. Aber natürlich ist dann so ein Tag mit so viel Fisch richtig, richtig schön und beisam für die Seele. So. Die letzte Ladung Fotokorb ist gerade im Wasser. War ein richtig cooler Tag. Hat richtig Spaß gemacht. Die Hände riechen wieder nach Fisch. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis bald. Eure Stauernfische. Und vergesst nicht ein Like da zu lassen und den Channel zu abonnieren. Sonst beiße ich euch wie den Stock. 와 ich rein hueleuchte. Et da ist, für dich. Haben Sie die Effekte? Und wde beißen Sie. sea Untertitelung des ZDF, 2020